Nr auch ein Porto wir sind schon weiter ey was das denn für Blödsinn oh du hättest hier warte mal rüber, geh noch mal nach hinten, mach mal, warte mal, ach so lass das Porto mal auf, geh mal rein jetzt jetzt hab ich mein gelbes da, da mach ich hier mein rotes hin jetzt rutschen, ja, oh bäh, das sieht voll eklig aus, ey voll der Wichskugel nein, jetzt geht er nicht rüber hier geht's, der schlittert sogar warum muss man noch da jetzt zieh du euch das mal rein, guck mal, damit kann man gut vorspielen ok, soweit sind wir schon ja, ich weiß, das schlittert auch irgendwo rum wofür ist das jetzt hier, wofür ist dieser Pfeil eins, zwei, Taiwan ey, guck mal, da drüben bist du ein was? geh mal rüber ach, hier sind die Laser wo bist du denn? ja, hier sind diese Laser, eins, zwei und drei soweit so gut nerven? diese Laser, weißt du was die machen? das sind die Laser? nein, das sind was, nerven? ja, nerven, die nerven, ah! wo ist das? das ist der doch, ich weiß es, ich weiß es ich weiß es, ich weiß es, guck mal wie soll ich denn jetzt noch rüber kommen? guck mal, numero uno ach, du kannst es hier warte mal, guck mal, wir müssen den nur auf die Schräge stellen und dann ach so, ja warte mal ja, mach mal falsche Schräge muss ja, der rutscht doch von selber da runter ach so wo ist der jetzt hin? mach mal von oben ähm komm mal her also der fällt da am ende immer runter sag nicht, der ist runtergefallen äh, äh, dafür kann ich nicht, das ist so hier wo ist der, was war der überhaupt nochmal? ach ja ach ja jetzt muss ich wieder jetzt muss ich hier wieder runter warte, wir machen natürlich erstmal ein Portal dahin damit ich auch wieder hochkomme äh, ups, warte mal äh, mach mal dein blaues bitte da rechts an die Seite links, 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 nein ja, ja, so pfff ich meinte, es war nur sowas hihihi so jetzt wollen wir da eins hin und da eins hin naja so okay ähm äh, warte da einmal und da einmal so so, da musst du da hinstellen und da ganz schnell hin kommen wohin? du musst ja hier wieder kommen müssen beide die Knöpfe drücken wo ich komme ja renn ok, komm schnell hin nicht neaa ah Ja, wie übel ist man da hochgekommen! Wo? Ach da! Weil ich nicht gestorben bin! Ach, so! Mysteriös. Was? Rüber? Er verwirrt mich! So, und dann musst du mich jetzt bitte! Oh, ich bin übelst vollgewichst von dir wieder, ja, das stimmt! ist doch so wenn du das Video später siehst das ist alles die voller Wechsel naja wenn du das weinst also ich wollte eigentlich hier so ein Go machen so was hier renn damit wir jetzt drücken können gleichzeitig oh weh, Slack hier geht ich bin viel zu langsam go ja klar ja wo bist du drinnen und ich bin drinnen wo drin wir sind drinnen in der Arbeit ein verrückter Blödsinn vor sich im Egal weil ich bin drinnen ja geil das gefällt mir aber man läuft auch seitlich so schnell voll geil hey wie dat war ich früher gekommen ohne dass ich gestorben bin wach da drüben mein Portal hin und dann hier irgendwo ach ne vergiss es Ja... Das ist echt... Hey, was soll das denn?! Das... ne, das... Nein, das wär nie okay, dann... Ne... Nö... Mann... Ich geh' zu meiner Mami... Spiel mobbt nicht... Ja, oh mein, ich bin denn voll Idiot... so freundlich kommen ja die politik und zwar wenn ich auch drückst kommt auch so dritt nein ich glaube den großen schalter und bisher um das ding ab um wenn du recht guckst dann ein rechts da ist dieses ding nein rechts 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 du meinst diesen strahl ja da kann ich nicht kann er ja nicht durchschießen ja du musst du kannst aber da oben einsetzen da jetzt muss er auf den kopf stehen bleiben jetzt kann ich kein zu machen wo nein 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 musst du gar nicht musst du gar nicht musst du gar nicht oh mein Gott oh mein Gott schießen die ey du kannst ja doch einfach drüberfliegen doch muss ich das interessiert die doch nicht ja ne 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 du musst dich aber trotzdem rumnerven wegnerven ah hier ist mein Ding rumnerven ok ich geh mal nochmal rüber sieht voll krass aus ok ich bin drüben jetzt kann ich da eins hin machen ne und dann muss ich weiß ich nicht ich muss die wegkriegen irgendwie wie krieg ich die denn weg ähm was ach so aha aha du möge es mir erzählen aha warte wir haben ja wir haben ja das blaue Zeug du hast blaues Zeug ok komisch ist aber so wenn das bei dir so ist nein guck mal ja ich weiß auch so man es zu meisterster nein 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 das muss man so lassen erst mal du musst nämlich ach so ok mach da ein und ich mach da ein so dann riecht auf den Knopf spring rüber mach da das Portal da das Portal oder nirgendwann oder nirgendwann machst du dein Portal dann geh ich einfach vor den Knopf runter oder nirgendwann einfach woanders hin ja oder geh oder ne dann gehst du einfach hier nein nein guck mal was passiert wenn du im Knopf runter dann rennt sie jetzt ja oder so ja das kommt doch selber raus aber mach mal einfach da durch dann ja ja renn du kannst du kannst übrigens auch einfach kannst du übrigens auch von hier aus machen ne ist ja wurscht du kannst dann ja von hier aus auch da dran schießen du musst ja nicht unbedingt da drüben sein du musst ja nicht unbedingt du musst ja nicht unbedingt dort drüben sein nein nein ich meine auf der anderen Seite musst du nicht unbedingt dort drüben sein du kannst ja auch einfach hier sein ja ist das ganze nämlich wesentlich einfacher jetzt so jetzt wann so dann gehst du jetzt gleich da irgendwie vom Knopf runter gleich gleich warte 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 jetzt das sieht krass aus alle alle auf einmal wow warte warte als wäre es wenn wir das teilt voll ins Gesicht so und jetzt und jetzt ja schon alle Leute ja jemand gestorben aber ich dachte schon und man ist sich schon mal meine Mutter tickt gleich hier aus übelst aus und ich weiß so wie er so rum wurde Ja, ich habe eine Mutter. Du hast eine Mutter. Nein, jetzt. Lass doch mal. Das hätte ich hier jetzt eigentlich nicht geglaubt. Oh mein Gott, wir brauchen da singen trotzdem. Was? Das brauchen wir nicht, weil wir ja hiervormachen können. So, geh da rüber. Ich komm da nicht ran. Ich komm da nicht ran. Next. Wo ist denn ein anderes Portal? Doch, kommst du. Hä, wo ist denn ein anderes Portal? Ach da, ja, aber ich komm da nicht hin. So kann ich nicht springen, sorry. Tom ist hier, warum ist hier ein Portal? Dass man da so rüberkommt und dann... Genau. Irgendwie nicht, ne? Irgendwann stimmt hier nicht. Ähm, nein, wir müssen... Ja, ich komm hier nicht so schnell voran. Ja, ich komm hier nicht so schnell voran. Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Äh, 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 puh. Das ist wirklich geschaffen. Ja, das ist wirklich geschaffen. Das ist wirklich geschaffen. Tell me what to do. Jetzt machst du... Rechts, ja, rechts. Rechts. Rechts, da ein Portal. Komm ich da hin, komm ich da hin, komm ich da hin. Da oben. So, da. Da oben, da. Ja. Jetzt stellst du dich auf den Knopf? Hä? Ja. Oh, das wird lustig. Was denn du? Okay, dann bleib ich jetzt hier einfach mal stehen. Lass einfach auf den Knopf stehen. Und drücke Tab. Wie bist du da rübergekommen? Ähm, warte mal eben. Wie machen wir das jetzt? Äh, oh mein, haben wir kein... Wir haben noch einen Cube, oder nicht? Und doppelt sicher. Dreifach sicher, wenn du willst. Sicher, sicher. Äh, wie machen wir das jetzt? Achso. Okay, warte mal eben. Bleib mal eben. Wow. Wow, aber dann so weit ist das ja nicht. Wow. Wow, 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 genau so sollte ich. So weit. Ja, geil. Ah! Oh, cool. Cool. Ey, warte mal. Komm ich da jetzt an? Nein, ich komme immer noch nicht dran. Hä? Versuche ich gerade mal. Ey, das ist doch mal voll geil. So, okay, doch nicht. Okay. Wir sind ja leise jetzt. Ups. Was? Hä? Ja, ey, das ist doch dumm. So. Muss ich da jetzt noch jetzt dran kommen? Hä? Ja, ich hab's. Okay. Okay, du kannst rüberkommen. Ja, komm einfach rüber. Ja, ich will auch. Juhu. Juhu. Gott, ich muss die ganze Zeit Tab gedrückt halten, was minimal nervt. Ohne. Hier. Hey. Hallo. Ja, ich wollte gerade sagen. Doch. Ja, doch. Du musst dich da eh hin drauf stellen. Ich bin irgendwie immer nur der Steller. Äh, ne. Der Steller. Der Steller. Der Steller. Äh, warte. So. Kann ich hier rüber? Ich glaube, ich kann den hier in den Porto setzen. Ach nee, ich kann einfach auf den Knopf drüber. Ja, und was ist denn mit dem Knopf? Es leckt gerade. So stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, so. Komm wieder rüber. Wir können wieder beide raus. Yeah, jetzt fliegt der jetzt rum. Ja, jetzt da, dass... Ja, komm, lauf halt weiter, du Vollidiot. So, der will ja jetzt nicht echt stecken, oder? Das dachte schon. Dem hätte ich was erzählt, ey. Watt? Äh, äh, da müssen ein Pendulum, ja? So. Du meinst ein, äh, 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 nicht Pendulum, das heißt, Perpetuum mobile. Ein Pendulum. Pendulum. Ja, 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 ja. Okay, ein Zinfeld. Ja, weil wir keine Menschen sind, du Vollidiot. Zinfeld nicht. Hier sollte sich öffnen. F, Lackabangriff. Ich muss dir das messern, mit V. Waffe wechseln, mit Top. Wir sollen irgendwas ausprobieren. So, und was will die jetzt von uns? Was will sie denn? Du kannst nicht jetzt aufhören. Mädel, verklär dich uns. Ähm. Was ist mit der Kamera? Wer folgt dir? Warte mal. Folgt ihr mir? Ah. This lock requires humans. Wo kriegen wir jetzt Menschen her? Ja, komm, halt mal über die Fresse, mach aus uns Menschenmädel, ey. Doe etwas, das nur ein Mensch würde tun. Ach so. Warte. Typisch menschliches. Warte. Verdammt, ich wollte es tun. You did it. Yeah, suchst Ärger. Krasser Scheiß, endlich mal eine Capz-Team, die auch funktioniert. Oh geil. Oh geil. Geile Scheiße, ey. Oh geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hat das was mit dem Single-Player zu tun? Hast du schon den Single-Player durchgespielt? Oh, das soll es leise sein, ich will nicht schlafen. Genau, ich spiele gerade ein episches Spiel. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, das ist voll putzig. Ja, naja, wie er sich pippt. Ach so, ne, schon wieder so. Voll geil. Voll geil. Menschen. wo er sieht er aus wie Klonen oh mein Gott jetzt die Komische Norbert Ich habe die Wissenschaft gebraucht. Es ist genug zu feiern. Wir haben mehr Arbeit zu tun. Lass die Wissenschaft beginnen. Lade runter. Das ist mal übelst geil. Ja, ja. Und deshalb meinte ich auch, dass da die Tests frei, weißt du? Weil da so viele Testobjekte noch sind. Ewe. WTF? Die müssen wir ja noch alle befreien. Was? Ein Song? Ein Song? Das sind die, das sind die Macher. Das sind die Wissenschaft. Das ist ein Torred. Das ist kein Teamplayer. Das ist kein Teamplayer. Horrible people skills. Okay.